Unser röttlicher Informant mit dem Diagnamen Mage hat mehrere Alcatala-Verstecke von L-Trafikante identifiziert. Die Information scheint zu stimmen, aber seit nun... Mage ist unsere führende Quelle in der Region. Wenn er Alcatala in die Hände gefallen ist, müssen wir schnell reagieren. Durchsuchen Sie alle Verstecke, finden Sie Mage und evakuieren Sie ihn. Retten Sie unseren Informanten und er führt uns zu L-Trafikante. Oh, hier, der eine spielt Rüstung, du spielst Termit. Da spielt noch ein Ding, ist noch mit Oller. Arm 4, erstes Versteck ist markiert. Reingehen und sichern. Rein übrigens müssten wir vielleicht schon gucken, dass wir das auch mit offenen Chatspielen hier. Und wenn man zur Party ist, dann unsere Spielchatliste. Wir brauchen verwertbare Hinweise, die uns zu Miet schüren. Ihr wollt ja immer telefonieren, ich stehe da wohl ausgeschalten. Denkst du, das Magazin? Auf den Feuer! Was ist das? Boah, das ist eine Menge Geld. Lachen Sie die Seriennummern hoch und wir verfolgen es zurück. Wer auch immer so viel Geld zahlt, hat vielleicht unseren Informanten. Arm 4, wir haben Hinweise auf ein Konto von L-Trafikanten. Ich habe immer Geld unten. Ich habe noch mal, hast du das ja auch? Arm 4, das Geld wurde heute Morgen an L-Trafikanten überwiesen. Ja, ich bin noch mal oben drin. Wir müssen zuschlagen, solange das heißt noch heilig ist. Na, mach das gleich. Jawohl. Hey, Donna, ich bin noch mal oben drin. Da ist die nächste. Na gut, gleich hier, wenn du willst ja, ist irgendwas. Arm 4, seien Sie gewarnt. Feindliche Truppen nähern sich ihrer Position. Arm 4, wir brauchen mehr Hinweise um Mage auf den Weg zu bringen. Ach, doch meine Ziele! Nimm mal Dokumente. Wo schon. Falsch. 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 Ich habe eigentlich schon alles aufgegraßt. Kein Rüdisch. Naja, hinten hinten brauche ich auch noch was. Ach so, feindliche Panzer nähern sich. Ich kümmere uns um die Panzer und wir haben den Becken wieder. Ab und ab! Geh weg vom Fenster, Alter bitte. Ich habe gerade hinten werfen. Auf und ab! Ich bin weg, dass wir mit dem zielten im viertel Raum haben. Ich bin weg, dass wir damit rausfahren. Oh ja, nicht weg. Ich bin weg, dass wir jetzt endlich das Wir sind im Nachbarhaus schon, ich komme nachher. Ich rot der Panzer an, Alter. Ich geh hoch, Alter. Ich muss den Panzer klären. Da darf hier so ein Stopper fallen in dem Haus, ne? Ne, was? Ich geh in den Brust los. Komm mal her, ich troppe eine Munitionskiste. Mit der Nachschritte. Achtung, feindliche Panzer nähern sich. Ich mach schnell Heilung. Wie ist er drinne? Oder braucht Munition noch? Oder bloß Granaden? Hier ist noch ein Dokument, ist schon ein bisschen kurz. War es Munition? Ja oder nein? Ich hab mal 100 Schuss. Hier kommt ein Typ, Alter. Das ist total, Alter. Wie ist er? Feindliche Panzer, rücken vor! Hey, wie sieht das Handeln? Da kommt ein Schneifer. Ich bin in der Welt, Alter. Bleibt in der Kabine, Engelscheidchen. Ich bin in der Kabine, oder? Ist das da unten, oder? Lade nach! Ich bin schon jetzt da draußen rum. Ich bin mir schon die Bandsortort ab. Ich hab drei Schuss vor dem Raketenwerfer. Lade nach! Wir haben noch ein Dokument gefunden oben. Bist du noch irgendwo was? Eigentlich nicht. Doch, hier. Oben war noch so ein Safe. Ich bin getroffen! Ich hab noch eine Rüstungskiste noch mit, ja? Ja, manchmal. Das ist echt nicht. Ich traf mal die Rüstungskiste, ja. Nein! Gegner! Lieber! Loll! Nömer krassen! Sie müssen aber zu Hause, da ist sich schon rum, Alter. Die Hinweise, die Sie gefunden haben, ergeben eine brauchbare Spur. 確認 Sie sich verblendet und sichern Sie es! Alter, hier kommt eine Granate rein! Alter, wie die Granate? Alter! Ja, ich hab grad mich schon kurz um den Helikopter gekümmert, der gelandet ist. Fuck, Alter, ihr seid schon... Gebt doch mal weg, muss ich nachladen. Ich muss doch mal nachladen. Nee, ich hab kurz den Helikopter hier runter geschossen. Da war ein Iso-Iso-Iso-Iso. Könnt ihr weitersteppen zu der Kiste hier vorne. Na ja, geht's nach Hause, oder was ist denn los? Am 4, das Schulgebäude ist die letzte bekannte Position von Mage. Sichern Sie das Gebäude und durchsuchen Sie es nach Hinweisen. Wir müssen Mage retten, bevor Sie ihn brechen oder töten. Was öfter drin ist, sind Stauberfallen, was Sie nämlich checken. Wir scheinen richtig zu sein. Durchsuchen Sie die Gegend nach Hinweisen auf Mage. Kommst du durchs Fenster dann? Jawohl. Hier sind feindliche Fallen! Warte nach! Ich hab' die Gefahr! Ich hab' die Gefahr! Einen Moment! Ich werde hier beschossen! Armpf, wir gleichen gerade die Gefahr! habt ihr das geld schon gefunden alles was sie finden kann unsere suche beschlossen arm 4 ein feindliches warzeug lehrt sich scheiße das war eine unserer quellen alcatala scheint aufzuräumen finden sie mage die zeit arbeit gegen was ist das geld oder was das geld ist ja 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 das ist ja hier oben dann muss dann hier weiter geht jetzt ist die jahr zu retten Auf die Etage! Ground Team überall! Klar! Untersuchen? Wir müssen auch etwas untersuchen haben! Ansonsten! Wenig Sachen, am besten bitte kurz hier hoch zum Nachladen! Weil hier kommen wir jetzt Willis da rein! Lade nach! Zur nach Forkel! Na ja, wenn wir irgendwo was finden! Schauen Sie sich überall! Über die Etage, überall schauen! Ich hab Geld gefunden. Wir hatten eine Munitionskiste getroffen. Feiner Typ. Schönes Ding, oder? Hey, wo kommen Sie denn her? Wo kommen Sie denn her? Ich hab schon mal kurz ein Munitionskist, da muss ich Ihnen nachladen. Arf 4, suchen Sie die oberen Etagen. Die oberen Etagen? Klar! Super geil, du hast der Team erst weggeplatzt. Dann sitzen wir da weg. Arf 4, wir haben eine bestätigte Position. Tune gebracht. Rücken Sie zum Hotel vor und sichern Sie den Informanten. Ich werde unterledigt. Wechseln das Magazin! Hier draußen mit dem Typen, schlaf kurz nah. Ich bin mit dem Vorräter unterwegs. Hey, da los sind sie zu liegen. Niks schaffen. Ich zeig schon draußen, oder was? Ja hier ist es de Rolds scheint, wo du nicht essen. Alter, ich komm nicht zu Kunden rein. Naja, ich hab Präzisionsluftschachtkos mit. Das passt einfach mal raus, Alter. Jetzt komm. Ja, nach meine Friends. Naja, dort irgendwo ist noch ein Killstreak-Ding, deswegen hab ich schon mal rausgehauen, ja. Komm mal hin. Ich muss nachladen, ich kann nicht so schnell laufen. Jetzt grad ruhig, wenn wir wahrscheinlich grad Ruhe. Kannst du zu einem Killstreak-Ding, ja, ne? Ein AT-R3 ist schwach geil, wenn irgend so was drinne wär. Mobile Deckung, happy birthday. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier vorgehen. Verbündeter! Ich würd' mir jetzt mal nirgendwo so rausgekommen, verbarrikadiert und so. Aber wenn's vielleicht geht, wird das mit dem Flänkweggangs. Achtung, mein schländlicher Konvoi nähert sich. Sie könnten etwas versuchen. Sie müssen MAKE sofort weg. Ich sag mal so, ich bin damit klargekommen. Kannst du hier aussteigen? Ja. Jetzt komm ich schon rein, Alter. So. Seid ihr mit drin, Alter? Wo ist denn da draußen? Wieso hab ich denn jetzt, ne normale Kanate? Ich hab grad. Werde hier, wir schocken. Der eine hat den Sandygun draußen hingestellt, okay, jetzt sag mir das Ding. Achtung, wo ist denn die Hau? Ach hier, ein Eister hier, lol, hä? Die sind ja hier runter. Der ist ja tot, Alter. Der ist ja tot, Alter. Der ist ja tot, Alter. So, was muss man jetzt machen? Extraktionspunkt, hier müssen wir den rausholen, Alter. Wir müssen zum Auto, wo ist das Auto? Ist das Auto noch da? Scheiße, das Auto, denkst du, dass du mit dem Bimbo ins Auto kannst? Ja, hallo, 400 Meter müssen wir steppen. Das scheiß Ding ist weg. Geht ja quatt. Ja, genau. Und er kann da irgendwie mit Rotof? Nee, kann da nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich steppe mich jetzt da rüber und scheiß drauf, Alter. Okay, ist okay, sorry. Ich droppe jetzt mal kurz die Kiste. Nichts, was? Nichts, also. Hey Alter, du sollst denn nach..., das fuckt mich so ab! Komm hier durch, Alter. Oh, hier ist eine Panzerung, Alter. Komm schon, auf die Weine mit dir! Wieso kann ich denn die Rüstung nicht nehmen, Alter? Das ist so eingeladen. Achso, Mann, da wären mehr Rüstrische Punkte, wo wir abhauen können. ach so da kommen wir steppen den type naja was anderes hat uns ja gar nicht das sind aber halt 300 meter auf das eben auch nur 50 gewesen na geil uns kommen die oben angeflogen ne komm mal mit ja wohl der jetzt unterluftschlag hier vorne länder ladet ein helikopter happy birthday oder Scheiße, das ist ein Zauber, Alter. Ich hätte noch Präsentionslubschlagen, wenn wir irgendwo ziehen müssen. Ich kann mit dem Panzer. Echt? Warte, ich habe einen Luftschlag dran. Ich habe einen Stopp, Alter. Luftschlag. So, ich bin da drin, Alter. Ich bin nicht zu weit geworden. Ich kann es nur noch mal heilen. Eine Munitionskisse, ich habe keine Killstreaks mehr. Ich stehe aber bloß noch mal hin. Ich droppe lieber noch mal Kisse, als ich mit voller Munition... ...weil noch mal Stress gehabt oder so. Wieso kann ich die jetzt unternehmen, Alter? Jetzt, dass du zweimal klicken musst. Warte, aber ist sie auch drinnen? Vielleicht auch irgendwas? Vielleicht auch irgendwelche Kisten sind irgendwas Gutes hier? Evakuierung steht bevor. Bringen Sie Mage zum Treffpunkt und bereiten Sie die Bergung vor. Die Bergung vorbereiten. Glückwunsch, Alter. Du musst... Ich würde es nachhören, leg den Willi ab dort. Fuck. Arm 4, Evakuierung steht bevor. Legen Sie Mage das Geschirr an. Wenn Sie bereit sind, senden Sie das Evakuierungssignal. Na, wenn wir bereit sind, Alter. Ja... Rezessionsluftschlag ist hier um noch. Marschflugkörper. Arm 4, Sichtkontakt zum Paket. Evakuierung steht bevor. Etwa 10 Sekunden. Achso, der hat so ein Ding dran. So ein Ballon, okay. Das gab es früher auch schon mal bei KfD. Ich weiß gar nicht, dass ich verteilt das gar nicht mehr war. Das war geil. Du bist jetzt auch so... Du wirst auch so abgerübt. Du bist geil. So, ab ins Haus! Ab ins Haus! Ab ins Haus! Ja, sie ist schon wieder tot, Alter. Ja, ich... Ja, ich... Ich belebe dich wieder, aber ich hab... Kommt ins Haus, Alter, müssen wir uns hier verteidigen. Das ist wahrscheinlich gar kein Fehler hier an Dauern. Weiß ich die Mörser! Weg da! Ach, weg da, okay. Wir müssen weg, ja. Wir müssen uns neu formieren. Wir müssen raus, ja. Kommst du mir nach mit? Wo bist denn du? Hier, ja. An der Tür. Weil die Mörser... Du nirgst immer noch beschissen, Alter. Ach, wir kommen jetzt zur Besprechung ins Versteck. Ja, ja. So... Ja, ja. Ich bin hier oben, Alter. Warte, ich weiß nicht, ob ich den Marsflugkopf raushau oder wo, oder? Ich weiß nicht, was da los ist. Alter! Ey, was ist das so? Wir sind gleich nicht ganz so schnell vorsteppen. Ich weiß es nicht, ja. Arm 4, kommen Sie zur Besprechung ins Versteck. Denkst du in das Magazin? Also, Elf hat den Quattler hier unten. Okay, das Versteck haben wir. Ich arbeite, Arm 4. Schnell zur Information über eine Aktiv-Überlieferung in ihrer Nähe. Parallel. Ey, ja, genau, und ihr macht die Tür zu, ihr Beliefer. Seid's größten! Das ist gut, Alter. Das ist gut. Da, da. Da, da. Da, da. Das ist gut. Dos, ihr habt die Tür. Untertitelung des ZDF, 2020